Heute ist Vorfreude angesagt bei Ab ins Bett. Ab ins Bett, 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 der Kinder-Podcast. Hier ist euer Lieblings-Podcast am Dienstagabend, die 265. Gute-Nacht-Geschichte am 18. Mai. Ich bin Marco und ich freue mich, dass ihr gemeinsam mit mir heute in diesen Dienstagabend startet. Was ein guter Tag für euch. Habt ihr Spaß gehabt? Dann machen wir es morgen mindestens genauso gut oder noch doppelt besser. Seid ihr einverstanden damit? Ich habe nochmal einen Hinweis für euch. Es gibt für alle Langschläfer und Frühaufsteher die Ab ins Bett Traumbox mit einem Buch. Da sind zehn Geschichten drin. Dann gibt es noch dabei das Traumtagebuch, wo man seine eigenen Träume aufschreiben oder aufmalen kann. Das Ab ins Bett Wunschposter fürs Übers Bett Hängen und für die Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Und wenn ihr das haben wollt, dann geht auf abinsbett.net und sichert euch eine der letzten Traumboxen. So, bevor die Geschichte kommt, heißt es natürlich jetzt einmal noch Recken und Strecken. Also nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und streckt alle so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute riecht ihr das auch? Es riecht danach, dass ihr heute die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Heute ist große Vorfreude angesagt bei Ab ins Bett, denn Josefine hat mir geschrieben, das ist die Mama von Jui. Der hat in ziemlich genau einem halben Jahr Geburtstag und er kommt dann in die Schule. Und darauf freut er sich schon sehr. Zumindest, weil er dann seinen Freund wieder sieht, den er schon ewig nicht mehr gesehen hat. Dann gehen sie nämlich zusammen zur Schule. Und Jui liebt Tiere und er kann etwas, was ich zum Beispiel nicht kann und bestimmt der ein oder andere von euch auch nicht. Er kann auf Japanisch zählen. Toll, oder? Heute ist die Geschichte für den Titelhelden des Tages, Jui. Am Dienstagabend. Die 265. Gute-Nacht-Geschichte. Jui freut sich auf die Schule. Jui ist ein ganz normaler Junge. Er ist sechs Jahre alt. Aber halt, stopp, er ist noch sechs Jahre alt. In genau einem halben Jahr ist er sieben Jahre alt. Und dann ist er nach den Ferien auch ein ganz offizielles Schulkind. Ein ABC-Schütze. So sagte man früher zumindest. Jui freut sich auf die Schule. Er freut sich auch drauf, endlich seinen Freund Daniel wiederzusehen. Denn der geht schon zur Schule. Und er kann ihm bestimmt ganz viel verraten, was dann in der Schule gerade am Anfang so passiert. Denn alle sagen immer, dann kommt er. Der Ernst. Ist denn Ernst ein neuer Mitschüler? Oder ist Ernst vielleicht der Lehrer? Jui hat aber schon mal gehört, wie jemand gesagt hatte, der Ernst des Lebens. Den kennt Jui noch nicht. Mit der Schule aber kommt der Ernst des Lebens vorbei. Und er besucht einen. Das ist aber gar nicht schlimm und gar nicht verkehrt. Sondern das ist äußerst richtig. Denn in der Schule lernt man verdammt viel. Zum Beispiel rechnen oder schreiben und lesen. Und endlich kann er dann, wenn er im Auto sitzt, all die Schilder auf der Autobahn, die so vorbeirauschen, selber lesen. Dann weiß er zumindest, wo er gerade ist. So lesen zu können, das ist schon äußerst praktisch. Oder die ganzen verschiedenen Zahlen, die überall stehen. Wenn man rechnen kann, das wäre toll. Da kann man richtig komplizierte Aufgaben lösen und vielleicht ein Wissenschaftler werden, dachte sich Jui. Ja, das alles gehört zum Ernst des Lebens auch mit dazu. Ob man auch Japanisch lernt, denkt er sich? Naja, aber gut, Japanisch muss Jui gar nicht lernen, denn Japanisch kann er ja schon. Dann bleibt er Zeit für etwas anderes. Vielleicht für Englisch. Auf Englisch zu zählen, das lernt Jui bestimmt auch in der Schule. Oder er liegt abends schon im Bett und erzählt zum Einschlafen. Keine Schäfchen, sondern wilde Tiere. Vielleicht Rehe, die über einen alten Baum springen. Und er zählt nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. One, two, three, und so weiter. An einem Dienstagabend. Es könnte der heutige Dienstagabend sein. Liegt Jui im Bett. Genau in dem Moment, als er die Augen schließt, taucht ein Bild vor ihm auf. Eine riesengroße Schultüte in seinen Lieblingsfarben. Jui kann es gar nicht mehr abwarten, einmal in seine riesengroße Schultüte reinzuschauen. Und dann öffnet er sie. Und in der Schultüte befinden sich wirklich tolle Sachen. Unter anderem ein richtig toller Füllfederhalter. Und seine absolute Lieblingsschokolade. Der erste Schultag, der scheint wirklich etwas Besonderes zu sein. Wenn es sogar eine Schultüte gibt, dachte sich Jui. Das ist aber noch nicht alles, denn nebenbei, und das sieht er auch genau in dem Moment, als er die Augen schließt, findet eine große Feier statt. Mit allen, die dazugehören. Und es kommt auch sein Freund Daniel, der ist natürlich auch mit dabei zum ersten Schultag, wenn es die Einschulungsparty gibt bei Jui zu Hause. Die ganze Familie und alle Freunde feiern ein riesengroßes Fest. Ja, so muss es sein, wenn man zur Schule kommt. Mama, machen wir denn das jeden Tag, wenn ich zur Schule gehe? Seine Mama sagte, nein, nur heute am ersten Schultag. Und da war Jui auch ein bisschen froh, denn so viel Trubel möchte er gar nicht jeden Tag haben. Das reicht schon, wenn man das ab und zu mal macht. Vielleicht so einmal im Jahr, fügt er noch dazu. Es war spät am Abend, als Juis Mama noch einmal in sein Zimmer geht. Sie geht zu seinem Bett, beugt sich zu ihm, gibt ihm noch einen Gute-Nacht-Kuss und dann hört sie, wie er auf Englisch leise zählt. Und dabei schläft Jui ein. Als er am nächsten Morgen wach wird, sieht er, dass neben seinem Bett etwas liegt. Ein richtiger Füller, ein Füllfederhalter, so wie für richtige Erstklässler. Und an diesem Tag ist klar, was er den ganzen Tag machen wird. Schreiben, Dinge abschreiben und ganz egal, ob Zahlen oder Buchstaben. Denn das neue Schreibgerät, das muss dringend eingeweiht werden. Jui weiß, genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's. Ab ins Bett. Träumt was Schönes. Bis morgen. 18 Uhr. Abinsbett.net Dann mit der Geschichte Minou und das zauberhafte Kaninchen. Minou und das zauberhafte Kaninchen. Minou und das zauberhafte Kaninchen. In2021. M появlä kann hier vielmehrter hertech. Minou und das zauberhafte Kaninchen. In lauf Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020